Scheiß, ihr Wagen hier weg. Also, also, wenn Leute... Heilige Scheiße, ich glaub, ich werd hier nicht mehr, ihr habt nicht mehr alle Tassen dran. Verpisst euch hier, verdammte Scheiße, doch mal. Ich glaub, ich vergesse mich gleich hier. Bewegt der Lars auf die andere Straßenseite, aber jetzt sofort. Was willst du tun? Ernsthaft, das ist doch das Helfs von hier. So, ich hab jetzt umgepackt, durchwerd' ich meine mehr. Ah, das geht nicht darum, sondern ihr steht direkt zu nah am Ende. Dürfen wir hier nicht stehen, wir sind auf der Filmzone. Wir dürfen hier bestehen. Ey, ich geh gleich so, André und fragte, bei dem man mir erlaubt ist, dass ich euch erschießen darf. Das ist mir sowas von scheißegal. Bei den? Ja. Es ist doch... Ich hab sie gerade ekos-stisch nicht verständlich. Hm, wenn ihr rumtrollt, darf ich euch erschießen, das Wichterloh, ne? Auch wenn's safe dann ist. Hey, wir trollen ja nicht rum, wir warten auf unsere Kollegen, die ihre Kupfer machen. Dann stellt euch auf die andere Straßenseite. Stell du dich doch auf die andere Straßenseite. Hier steht aber mein LKW, du Vollidiot. Wir sind umweltfreundlich, ja, da steht unser Auto. Ja, dann stellt euch auf die andere Seite von eurem Auto. Hauptsache, ich komm an mein LKW ran. Dann stell du dich doch auf die andere Seite. Oh, ich sag mal, ich kann die auch. Ich sag mal, die verpiss dich. Ganz viele gelbe Sternschnuppen. Sound resume. Ich guck gleich die Krise nach. Ey, das ist sex und du darfst wirklich gar nicht. Soll ich? Ich nehm den rechten, du den linken. Nein, Mann, ich hab keinen wichtigen Eintriff. Ich muss mich für die Leute hier. Ey, lass dir doch nicht rum auf der Nase rumtanzen. Trollen und scheiße. Ich lass mich nicht mehr lange auf der Nase rumtanzen. Entweder ihr geht weg von meinem LKW oder ich werde euch wegen Trollding erschießen. Das gilt genauso als Trollding. Trollding erschießen. Ja. Ach, das wird vielleicht mehr laufen. Und ich laufe, ich bin drei. Und dann ist dein Kollege hinten im Auto tot. Warum drohst du jetzt? Das ist mir scheißegal. Das ist mir scheißegal. Geht. Du musst gleich merken. Ja, okay. Okay, ich hab mein Auto an, das ist dein, tut mir leid. Und der Herr hier, der verschwindet besser auch. Ihr geht gefälligst jetzt weg von dem LKW. Weg von dem LKW. Noch weiter. Noch weiter. Entweder du gehst jetzt oder ich werde dich erschießen wegen Trollding. Das gilt als Trollding. Was gilt als Trollding? Das gilt als Trollding, wenn ich euch zuerst darum bitte, dass ihr hier vom Wagen verschwindet und mich dann auch damit provoziert. Was ist das Trollding? Was ist das Trollding? Was ist das Trollding? Tötet ihr einfach. Ja. Zwei. Ich verarbeite mein Koffer. Dann stell dich an eine andere Stelle. Kann ich nicht, dann bricht der ab. Warte cool. Nein, der bricht nicht ab. Alter, die trollen uns von Anfang an, die haben sich im Auto, können die gar nichts drinne haben. Ey ey ey. Der nächste Schuss trifft. Der nächste Schuss trifft. Der nächste Schuss trifft. Drei. 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 Abgebrochen. Zwei. Bei 0 werde ich schießen. Ein. Warte mal. Der nächste Schuss trifft. Hast du irgendwie tief besser getrunken? Du, ich, ich hab gerade... Du, ich, ich hab gerade... Hey, das macht mich so gut dann. Also, warte, ich guck kurz, ob der weg ist. Ist jemand auf Ende nicht weg? Ey, lass dich doch einfach umlegen. Die Trollen uns von Anfang an. Versteh. Ey, diese, diese Diskussion geh ich gar nicht ein. Lass den Typen einfach umlegen und gut isch. Das ist eine Seite. Nein. Sollen wir den Kampas einbinden? Negt sein Gramm mit uns. Ey, sollen wir das einfach umlegen? Ja. Dann ist das richtig. Drei. Zwei. Ein. Der Schuss kann gerade nur halben Millimeter haben wir vorbei. Der schießt auch nicht. Sollen wir einfach... Komm, die trollen uns eh nur. Wir können das rechtfertigen. Die haben noch über 10 Minuten getrollt. Dass wir irgendwann abdrücken ist völlig verständlich. Sollen wir? Ja. Drei, zwei, drei, zwei, eins, tschau.